Hallo zusammen, ich bin der Alessio und mache die Ausbildung zum Logistiker bei der Schenkerstoren AG in Schönenwirt. Das ist unser Team. Kommt mit und wir zeigen euch, was wir so machen. Als Logistiker bist du zuständig für den Warenein- und Ausgang. Verpacken und bereitstellen von den Waren die Warenkontrolle und das Buchen. Wir stellen sicher, dass die richtige Ware an den richtigen Ort geliefert wird, damit die Monteure die Storen auf der Baustelle auch sauber montieren können. Als Logistiker solltest du gerne im Team arbeiten, organisiert und körperlich viel zu sein. Auch die Zuverlässigkeit ist sehr wichtig. Wir haben einen sehr familiären Umgang miteinander. Weil wir mehrere Lernende im Team sind, kann man sich sehr gut untereinander austauschen und gegenseitig helfen. Wenn man irgendwo nicht weiterkommt, unterstützt uns der Lehrlingsverantwortliche immer und wir finden zusammen eine Lösung. Richtigen Ehrenmann. Besonders ist, dass man als Lehrling bei den Schenkerstorren viel Verantwortung übernehmen darf und schon früh in der Lehre sehr selbstständig arbeiten kann. Wir bekommen das Halbtags-Abo, eine Beteiligung als Fitness und haben eine 40-Stunden-Woche. Regelmässig finden Abteilungs-Events statt. Wir waren zum Beispiel schon zusammen in den Europapark oder im Sommer gravieren. So, ich hoffe es hat dir gefallen. Bewirb dich doch bei uns. Wir freuen uns auf dich.